Liebe Schulgemeinde, bei uns finden am 24. März die Projekttage statt. Das Motto der Projekttage ist gut zu leben. Es finden unterschiedliche Projekte statt, wie beispielsweise das Singer-Songwriter-Projekt oder das Projekt nachhaltige Mode, von der Stange zum Unikat. Zu dem Thema gut leben haben auch einige Schleimler noch eigene Videos aufgenommen. Gut leben ist für mich Hilfsbereitschaft und Frieden in der Welt. Gut leben ist für mich eine klimafreundliche Welt. Gut leben ist für mich gleiche Rechte für alle. Gut leben ist für mich eine schöne Zeit mit meiner Familie und meinen Freunden zu haben. Gut leben ist für mich in der Natur zu sein und für die Tiere da zu sein. Gut leben ist für mich mit meinen Freunden voll viel Spaß zu haben und nicht kaputt zu lachen. Gut leben ist für mich genug Geld zu haben. Gut leben ist für mich eine gute Familie zu haben. Gut leben ist für mich Screams von meinem Lieblings-Screamer zu gucken. Yoga. Gut leben bedeutet für mich mit meinen Tieren daraus was zu unternehmen. Gut leben bedeutet für mich, dass überall Frieden herrscht und dass alle Menschen Freiheit haben und nicht wegen Corona zu Hause gehen müssen. Gut leben bedeutet für mich, dass wir alle gesund und mündlich sind. Gut leben ist gut leben, dass man sich selber mag und nicht mit anderen Leuten vergleicht. Für uns bedeutet gut das Leben, Freunde und Familie. Freitag findet dazu zum Abschluss ein Schulfest für uns an der Schulestadt. Unser Jahrhund 13 verkauft uns diesem Schulfest Getränke. Kommt bitte alle vorbei und unterstützt unseren Jahrhund 13 bei unserem Abi und kauft bei uns Getränke. Wir danken euch dafür. Tschüss! 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 Vielen Dank.